Hi Leute, heute unboxe ich Mario Party 9. Ich habe es bei Saturn für 4,99€ gekauft. Dann fang mir mal an. Aber bevor, zeige ich euch nochmal die Rückseite. Also, das ist die, äh, zu dir. Also, das ist die, äh, zu dir. Frühschul, der Wartescode, die Spielerleitung und die kommenden Wii-Spielen. Also, ähm, Legend of Zelda, The Last Story, Mario Kart 3, The Last, Go Location, The Goodest Adventure. Und Nintendo Sunnets. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie das Spiel, also wenn ihr ein Let's Play sehen wollt, dann geht auf Geilkind. Ich schicke euch einen Link, der unten steht. Und das war's am Andochsee. Tschüss Leute.